Kerstin Ott von der Sucht zur Selbstverwirklichung Ein inspirierender Lebenswandel Kerstin Ott hat in einem Interview offen darüber gesprochen, dass sie ein Suchttyp ist und in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Sie hat jedoch erkannt, dass sie ihr Leben ändern musste, um gesund und glücklich zu sein. Durch professionelle Hilfe und den Rückhalt ihrer Familie und Freunde hat Kerstin Ott es geschafft, ihre Suchtprobleme zu überwinden. Sie hat gelernt, sich selbst zu akzeptieren und sich bewusst zu machen, dass sie auch ohne Alkohol ein erfülltes Leben führen kann. Heute setzt sich Kerstin Ott dafür ein, anderen Menschen Mut zu machen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Sie möchte zeigen, dass es möglich ist, aus der Sucht auszubrechen und ein neues, gesundes Leben zu beginnen. Durch ihre Offenheit und Ehrlichkeit hat Kerstin Ott nicht nur sich selbst geholfen, sondern auch anderen Menschen gezeigt, dass es nie zu spät ist, um Hilfe zu suchen und Veränderungen im Leben vorzunehmen.